Gönnen Sie sich doch mal eine Auszeit vom Alltag. Unser Badezentrum Ringallee ist Ihre Wellnessadresse in Gießen. Genießen Sie einen belebenden Aufguss in einer unserer Saunen. Oder ein pflegendes Peeling im Dampfbad. Oder lassen Sie sich in unserer Harmonielandschaft von unserem geschulten Fachpersonal verwöhnen. Zum Beispiel mit einer entspannenden Massage. Viele verschiedene Massageangebote stehen zur Wahl. Spüren Sie die Kraft der warmen Steine. Glatte Basaltsteine werden auf bis zu 60 Grad Celsius erwärmt und gleiten dann auf duftenden Aromaölen sanft über die Haut. Die Kombination aus behutsamer Massage und tiefenwirksamer Wärme ist ein wahres Wundermittel gegen Verspannungen. Honig ist nicht nur ein leckerer Brotaufstrich. Auch für die Haut ist dieses Naturprodukt sehr zu empfehlen. Eine Massage mit Honig ist wohltuend für den ganzen Körper und zaubert gleichzeitig eine samtig-zarte Haut. Wir verwenden naturbelassenen Akazienhonig. Die darin enthaltenen wertvollen Inhaltsstoffe werden mit einer speziellen Massagetechnik ins Gewebe einmassiert. Bei der Seifenschau-Massage lösen sich die Mühen des Alltags unter duftendem Seifenschaum auf. Natürliche Seifen, zum Beispiel mit Lämmengras, Granatapfel oder Ingwer, werden aufgeschäumt, auf die Haut aufgetragen und mit einem Seidenhandschuh einmassiert. So wird die Haut intensiv gereinigt und sanft gepielt. Die Kräuterstempelmassage ist eine genügend geniale Verbindung aus Kräuterheilkunde, Aromatherapie und Wärmebehandlung. Die Stempel werden vor Ort mit duftenden Kräutern wie Lämmengras oder Ingwerstückchen gefüllt und anschließend in einem Wasserbad erhitzt. Die Stempel werden vor Ort mit duftenden Kräutern wie Lämmengras oder Ingwerstückchen gefüllt. Die Stempel werden vor Ort mit duftenden Kräuterheilkunde, die Stempel werden vor Ort mit duftenden Kräuterheilkunde. Die Stempel werden vor Ort mit duftenden Kräuterheilkunde. Die Wärme der Stempel und verschiedene Massagebewegungen lösen Verspannungen in den Muskeln. So können Körper, Geist und Seele entspannen. So können Körper, Geist und Seele entspannen... Untertitelung des ZDF, 2020